Du geiler Wichser, du wolltest nicht. Ich meine, ich kann dir doch schon einen bluteln. Halt die Schnorze. Kannst du mir doch richtig einen versticken? Das ist doch das Allerletzte mit dir. Mein Gott, ich hab den geilsten Folterkeller, du Schlampe, Mann. Wenn ich mal ran will, was ist das, was dir gleich passiert? Ha? Ha? Du Lotte, du. Zieh dich raus. Was ist das, was dir gleich passiert hier? Brauchst du mir nicht so anzugucken, du kleine Schlampe? Das ist doch das Allerletzte mit dir.